Ja, huhu, hier wieder beim Koali und beim Lessarq Dark. Jo. Ähm, Lessarq Dark, ne? Ja, Lessarq. Lessarq, sag ich ja die ganze Zeit immer. Ich würde es irgendwann kriegen, dann kriege ich es hin. Solange du nicht Lessarq kommst, bin ich zufrieden. Ja, mit diesem französischen Unterton. Wenn du damit nicht kommst, womit Falken mich immer gerne ärgert, wenn du damit nicht kommst, dann sind wir weiterhin im Paradies. Okay. Ja, hier, wie angekündigt, heute böse Solo-Instanz. Also, fangen wir es an. Wahrscheinlich müssen wir erstmal hier in den Dingern vorbei rushen oder so. Aber man kann ja auch rüber. Sehr gut. Du machst die platt, oder was? Jo. Na gut. Der Verbraucher-Skill von mir. Der macht am meisten Heilung. Das ist schon ordentlich. Zu euch. Was der hier wegheilt. Okay. Ja, ich bin von der Heilung, die du mal unten raushaust, bin ich auch begeistert von, muss ich ehrlich sagen. Ist immer noch dieselbe wie am Anfang. Ich bin von der Stärke her und alles. Oh. Wäre bestimmt richtig lustig, wenn du irgendwann eine ganze Gruppe heilen musst in Raids. So, jetzt darf ich aber hier fahren, oder was? Oh, Solo-Instanz. Noch eine Schokolinse. Oh Gott, ich schmatze euch jetzt einen vor. Ja, ich krieg da voll Hunger davon. Das Lachen der Kinder befreien. Geil. Ich glaube, die schmeißen wir nachher drei fertig, bitte. Wo ist denn das Lachen der Kinder? Hm. Geradeaus zum Autoscooter, da ist jetzt so eine Statue, die du musst jetzt alle Gegner drücken. Jetzt mal habe ich jetzt hier eine Milliarde Zünder zu bekommen. Eine Milliarde? Da gibt es nur einer. Drohne! Hilf mir! Boah, das ist von der Ewigkeiten dauernd, dass ich die Plotter fähne. Ich glaube, ich muss die Skills-Karten bestellen, dass ich auch ein bisschen was an Schaden austeile. Weil das... Jetzt habe ich einen dritten Zombie gefüllt. Dankeschön. Ich meine, die machen mich auch nicht platt, weil ich mich wieder hochheile. So, der erste Zombie ist jetzt da. Habt doch! So. Mensch, warte mal. Ich könnte nochmal draufspucken. Zum Autoscooter. Die Drohne folgt mir. Du musst eigentlich hier mein getreues Tier Kahl. Das war wieder weg. Ganz toll. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe ein kleines Problem. Ich habe keine Heilung. Haha. Ein spukender Versklavter. Ist mir so ein Fontan. Muss ich den platt machen? Ja. Den musst du töten und dann kannst du halt dieses Startmacht. Ich mache erstmal jetzt hier... Versuche ich mal... Äh... Was können wir denn rausnehmen? Ich glaube, das können wir... Nee, das lasse ich mal drin. Und diesen Wolfsdingen können wir mal rausnehmen. Und das Feuergefecht dafür reinnehmen. Mal ein bisschen mehr... Schaden austeilen. Okay. Eins, zwei, drei, Angriff. Drohne. Und Stunt. Na, danke schön. Das sieht irgendwie total bescheuert aus. Diese... Diese... Die Verbraucher von der Pistole. Und den mit... Äh... ...sieken Uzzis. Naja... ...die hat die Pistole verbraucht. Ich weiß nicht, wie genau welche du meinst. Das ist im inneren Ring, der... ...wo du über Kreuz schießt. Den ganz am Anfang auch schon hast. Wenn du mit Pistolen schießt. Ach, der... ...und schon wieder Stunt. Ja, richtig hin. Aber das Ding macht mir halt auch keinen Schaden. Nein. Ist das ja okay. Hm. Aber macht dir keine Sorgen. Der Schwarze Mann währt dir Schaden machen. Nein, ein bisschen nicht. So. Was sind denn hier? Es sind ja noch mehr Verspukende, Verskillervte hier. Hm. Reicht die Leute. Schon wieder Stunt. Jetzt kann ich gar nicht mal eine Drohne rufen. Bang, bang, bang. Bang, 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 bang. Oh, ich sollte mich mal heilen. Mehr sollte ich auch machen. Ach ja, kann ich. Tja. Dafür machst du Schaden. Da hätte ich auch ein Bremsen. Warum ist das eine Solo-Instanz? Das ist voll dauer. Ja. Fand ich auch. Ich bin nämlich mit Maler-Ehe ungefähr achtmal gegen den Schwarzen Mann draufgegangen. Okay. Ich hab einen Hammer gefunden. Das ist für dich, ne? Ja, Hammer sind gut. Hammer, 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 Hammer. Na, hallo, schieß doch mal. Ich hab schon wieder so'n Bug, dass ich nicht schießen kann. Das ist ein Kotz. Ohne zieht mir aber ordentlich ab jetzt hier rein. Heilen, heilen. Stunt. Schleck. So. Das war's. Hast du einen schwarzen Mann besiegt? Nein. Ich hab hier, äh... Ja, wegen des war's. Das würde ich so anders... Ich hab diese drei Geister hier. Wo ist mich denn jetzt... Achso, ich muss das kaputt machen. Peng. Das Lachen der Kinder befreit. Extra KP. Jawohl, jetzt hab ich hier extra, äh... Jetzt kann ich hier skillen. Fäuste... Heißes Eisen. Kaufen. Okay, was nehmen wir denn dafür raus? Fangschuss. Und wenn ein Feind stirbt... Ja, das können wir raustun. So. So, so, so. Den schwarzen Mann folgen. Kommt der jetzt sofort, hat der schwarzen Mann? Nein, ich brauch noch einen Eintrunkel zu töten. Was für mich aussieht, den Wehrwolf. Hm? Ich hab jetzt schon Angst. Ich mein, es ist echt scary, wenn du irgendwie als... Als jemand, der kein... Oder kaum Schaden macht hier, äh... Oh, Massen an Zombies. Komm her, komm alle in den... Zack. Alles Stunt. Na, komm. Und der Nächste. Heilung nicht vergessen. Drohne rufen. Schade, dass du nicht aufnimmst. Ich will gucken, wie du dich da schlägst, eigentlich. Ja, wenn ich einen Computer hab, dann fang ich mit Let's Plays an. Also, wenn mein richtiger Computer da ist. Wollte grad sagen, aber du was spielst bei Konsole? Nein, über Laptop, aber der kriegt das nicht hin. Hab ich schon mal versucht. Also, wenn mein Computer funktioniert, dann fang ich auch selber an, Let's Plays zu machen. Oh, der schwarze Mann. Ihm folgen. Gut, also versuch Nummer zwei. Bist du schon beim schwarzen Mann? Ja, du hast mich schon einmal getötet. Oh Gott. Ja. Das ist mir auch. In Bewegung bleiben, sagt der Mann. Okay. Schrecken der Kinder. Wenn er die Bubble um sich macht. Erstmal sind die 1000 Zombers die mich gerade angreifen. Okay. Und ich hab wieder... Okay, jetzt kann ich schießen. Vielleicht bin ich tot, das ist nicht so geil. Ich komm gar nicht zum schwarzen Mann hin. Ja, ich hab mich verlaufen. Ich such ihn gerade. Darauf noch ein Schoko-Drop. Ich hoffe, ich verbreche. Hoffentlich sind diese Zombies jetzt weg. So, jetzt ist nur noch dieses komische Wehrwolfie da. Keine Zombies, das ist gut. Ja, und auf dem Wehrwolf-Ding, wenn wir nicht daten, gefüllt hast, dann. Na, oh Mann. Ich kann ihn schon wieder nicht angreifen. Das ist so eine kotze Drohne. So, Wehrwolf tot. Hau, hochheilen. Den schwarzen Mann vernichten. Okay. Oh, fuck. Ohne. Ja, der macht ordentlichen Bauern. Aber wenn der das Schild hat, dann kann man der nix, okay. Du musst eh in das Schild rein, dann braucht es Schaden. Oh, ich krieg hier gerade gar nix. Und Schaden. Los. Jetzt schon. Fit. Drohne. Oh, fuck, fuck. Fuck, 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 fuck. Du sagst es, du sagst es. Ah, aus dem Bild geklickt. Verdammt. Oh, fuck macht der Schaden. Hochheilen. Ah, gleich ist mein Crit wieder da. Dann geht's dir an den Kran. Ohne. Ach ja, wenn du dieses blaue Energie sammelt, dann weg von ihm. Okay. Ganz weit weg. Okay. Ah, der ist jetzt gleich schon down, also. Okay. Aua. One hit, oder was? Hat er das blaue gesammelt? Ja, dann musst du ganz schnell weg von ihm. Ja, der hat ja den fast. Der konnte gar nix. Wenn er das macht, dann one-hitet er dich halt immer. Boah, was für ein Cheater. Sag nicht jetzt in den... Gut, dass du es aufnimmst. Ich hab's schließlich gesagt. Was für ein Cheater. Weil jetzt haben wir schon wieder Zombies am heißen. Nein. Ich hasse Zombie. Vor allen Dingen, wenn ich nicht schießen kann wegen Bug und so. Hallo. Ich möchte den Zombie gerne erschießen. Ah, jetzt geht's. Hey. Ist es denn? Ich drücke wie ein Bescheuerter hier drauf. Und es geht nichts. Das ist meine Tastatur. Jetzt bin ich gleich schon wieder down. Inwieweit meine Tastatur uns nicht hinkriegt. Dazu reagieren. Jetzt haben wir schon wieder drei Zombies am Hals. So, ein Zombie haben wir erledigt. Zwei Zombies erledigt. Zwei Zombies. Boah, ey, krass. Hat mich auch nur ein Heiltrank gekostet. Ja, ich hab extra bei allen Heiltränken, die ich bisher gefunden hab, jetzt extra Bedarf gedrückt. Weil ich wusste, die werde ich brauchen gegen den. Ich hab nur noch einen. Aber hab... Wohl, nee, Moment. Heilen überzeit. Hab ich noch. Das drauffeile ich mir jetzt auch mal rein. Mehr Crit. So. Gib ihm. Wo ist man denn in Sicherheit vor diesem komischen hier blauen Gedingelze? Ganz am Rand, wenn du nicht mehr in dem Bereich stehst, wo das Blaue auch ist. Das ist ein ziemlich, ziemlich großer Bereich. Okay. Also du musst mal am besten Sprint drücken und dann hoffen, dass alles gut geht, ne? Am besten einfach direkt sofort weggehen, wenn du das anbringst. Also ich hab ohne Sprint geschafft, aber auch. Okay. Aber im Grunde siehst du auch schon, wo du dann sicher bist. Das ist halt nicht mehr in dem Bereich, wo die ganze Energie zugekommen ist. Fridge. Also selber haltet der keiner gar nichts. Ohne dieses Teil wäre... So. Ja, das macht doch auch viel. Okay, jetzt hat er mal ein bisschen was rausgehauen. Ja, okay. Aua, aua, aua. Ja, auf. Mit Sack. Okay. Okay. So, jetzt hab ich mich gleich wieder hochgehalten und kann ihn wieder attackieren. Komm, Drohne, schieß mal ein paar mal auf den. So, jetzt kann ich ihn wieder attackieren. So, der macht das ungefähr bei 2.500 Lebenspunkten oder so, ne? Oh, weiß ich nicht. Hab ich noch gar nicht. Aber wenn er ziemlich am Ende ist. Ohne. Oh, jetzt macht das. Okay. Okay, weg, 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 weg. Okay. Hat mich immer noch erwischt. Aber dann war ich doch raus aus dem Ding. Dann hast du ungefähr ein Gefühl, dass du noch weiter weg musst. Krasse Scheiße, ey. Was ist denn das für ein blöder Sack? Das Problem ist, wenn ich weglaufe, sind da Zombies. Und die sind schlimmer als der. Weil die kommen in Massen. Ja, ich hoffe, was du meinst. Der hat schon seinen ganz eigenen knackigen Stil. Ich mag den nicht. Oh, das konnte ich mir auch wollen. Und die Effektivität von erhaltener Heilung auf 5%. Oh, ein Zombie. Scheiße. Ein zweiter Zombie. Nee. Wenn ich mir dann angucke, wie wenig Erfahrungspunkte. Die geben dann ein bisschen Wein. Wie lange ich für den Zombie brauche. Hat nicht nur Vorteile, Freitunterwegen, oder? Ja gut, ich bin halt total spezialisiert. Das war vorher klar. Obwohl, nee. Ich habe 1000. Ich habe gerade was gekriegt. So. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? So, Mr. Idiot. Take this. And take this. Na, komm. Ey, was war das denn jetzt gerade? One Hit schon wieder? Und jetzt schon ganz am Anfang? Hat er gemacht? Blaue schon wieder? Ich weiß nicht. Ich bin gerade gewonnen hittet worden. Ohne, dass er das Blaue gesammelt hat. Ach, das ist doch Scheiße. Ist das doch. Wenn jetzt hier nicht die ganzen Zombies mal an die Ecke wären, ey. So, Crits ohne. Ach, der macht hier noch so ein AOE-blaues Ding. Das macht auch ordentlich Auer an, glaube ich. Ach ja, das macht er dir. Du musst direkt hinter ihm laufen. Ja, weil ich sonst eh mal hinter dem gestanden habe. Ob ich das nicht mache. Jetzt kommt er wieder hier mit seinen komischen Bombern nach. Ja, das macht er nicht auch ordentlich scheiße vor. Ja, es haut mir nicht aus dem Leben. Danke. So, jetzt haben wir schon 23 Minuten versucht, diesen Scheiß-Eumel zu töten. Und die kriegen den nehmen wir noch nicht platt, ey. Warum ist das eine Solo-Instanz? Das nervt mich. Ich glaube, zu zweit würden wir den ohne Probleme wegmachen. Das erste, was wir machen müssen, ist dann auch die Waffen reparieren. Ja, bei mir muss sich nur eine Sache reparieren. Es muss sich entstehen, wenn Chaos kommt. Aber du bist schon durch? Ich habe nur einmal versucht. Ich bin nur einmal draufgegangen. Ja, ganz toll. Ja, ich bin schon wieder one-hitted worden. Danke. Danke. Ich bin gerade draußen und gehe meine Fertigkeiten durch. Ja. Das kann sich nur noch um Jahre handeln, bis ich den geschafft habe. Ah, ist das ätzend. Das macht keinen Spaß. Ich will jemanden, der Schaden macht. Drohne hilft mir. Ich will jemanden, der Schaden macht. Let's go do this scheiß Bomba dem more. Auaah! Scheiße! Ist sie fertig mit so einem Scheiß-Bombardement? Okay, jetzt musst du gleich wieder in diese komische Sammel-Aktion kommen. Ja. Lauf, kleine Eukalypter, läuf! Lauf, 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 lauf. Okay. Ich habe einen Hit gekriegt und Zombies gezogen, aber... Scheiße, weißt du, woran ich jetzt sterbe? An den kack Zombies. Ja, das ist richtig scheiße, ja. Ich kann schon wieder nicht schießen, das ist zum Katzen. Ich wünsch dir wirklich, ich könnte dir helfen. Das sind Drecks-Zombies. Drohne. Crit. Heilung. Ja, jetzt bin ich da schon. Vier Zombies um mich rum und der Typ, und die holen ja noch stimmig neue Zombies. Kannst du vergessen. Ja, das kriege ich nicht hin, wie soll ich das denn machen? Wenn ich aus dem Ding rauslaufe, habe ich vier Zombies hinter mir und die kriege ich nicht weg. Ja, du musst innerhalb dieses Areals bleiben. Ja, da komme ich aber nicht raus. Weißt du, wie weit ich jetzt gerade aus dem Areal rauslaufen musste, bis ich aus dem Kreis raus war? Okay, bei mir war... Ich war immer noch innerhalb des Areals, deswegen... Oh, Scheiße, ey. Große Kacke, ey. So, jetzt habe ich auch noch einen Heiltrank verschwendet. So, jetzt habe ich es. Sphär. Ich könnte dir theoretisch jetzt ja sogar noch mehr Panik machen. Was denn? Ähm, der Story-End-Boss, also in Blue Mountain. Der ist, also Falken meint, der ist noch um einiges härter als der Schwarze. Hm. Und der ist auch eine Solo-Instanz, oder? Ja. Macht doch keinen Spaß. Das ist halt gut. Jetzt kommt eine gute Nachricht. Ich persönlich fand ihn sehr, sehr einfach. Hm. Ich versuche jetzt gleich einfach mal an die Seite wegzulaufen. Ich hoffe, ob das irgendwas bringt. Hm. Das ist ein echtes Problem. Ich brauche erst mal zehn Minuten, bis ich den drunter geschossen habe. Jetzt kommt er, das Ding gleich wieder raus. Ja, er sammelt, er sammelt, er sammelt. Lauf, 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 lauf. Lass schon wieder ein Zombie. Nein. Okay. Hat geklappt. Nicht zum Zombie, du Arsch. Du musst denn Zombie-Zombie sein. Jetzt kriege ich nicht. Drohne. Go, Koali, go. Und es wäre sogar noch in der Zeit, wenn ich ihn jetzt schaffen würde. Ja, los, Koali. Go, 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 go. Hat noch 500 Lebenspunkte. Noch drei. Ja. 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 Ich weiß nicht, ob du es hörst. Spit. Spit. Wir stellen eine Wagenladung Eukalyptus. Stark beschädigte Objekte. Sie haben neun stark beschädigte Objekte. Ach, nee. So, und jetzt? Musst du da rein in dieses Gebäude, was da war. Das Monokel benutzen. Ach, da. Nur so wenig KP, da hätten sie sich echt mal was einfallen lassen müssen. So, auf der Rückkehr zum Riesenrat, welches noch von Zombies getötet werden? Ja, natürlich. Drecksviecher, ey. Zwei Zombies. Das ist doch nicht zu glauben. Ich hasse Zombies. Die Zombies sind schlimmer als der Typ. Das glaube ich dir. So, Drecksack. Wo ist dieses scheiß Portal? Ah, hier. Ich bin nach Hause. Ich bin nach Hause fahren. Das Portal benutzen. Darauf eine Schokolinse. Ja. Hallo. Ja. Okay. Wir senden mal den Bericht. Ich kenne dich. Ich habe dich schon mal gesehen. Das ist sehr lange her. Konnte mich nicht verkneifen. Sorry. So, liebe Leute. Das war es für heute. Und tschüss. Das war es für heute. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.